Diese revolutionäre, modulare Burg könnte schon bald ein offizielles Lego-Set werden. Man kann sie innerhalb von Sekunden durch Umklappen transformieren, einen großen Burghof hinzufügen, sie öffnen, um ans Innere zu gelangen, sie in zwei kleinere Burgen aufteilen, jede mit einem eigenen Eingang oder man kombiniert zwei davon zu einer epischen Festung. Egal, ob du ein schmales Regal oder einen großzügigen Tisch hast, diese Burg passt sich an. Experimentiere einfach ein bisschen, um deine Lieblingskonstellation zu finden. Aber das ist nicht alles. Es gibt auch viele spannende Spielfunktionen zu entdecken. Mit den roten Dächern ist die Burg ein echter Hingucker. Und sie bringt die klassischen Drachenritter zurück. Schließlich braucht man für eine solche Transformation einen Zauberer. Das Konzept hinter der transformierenden, modularen Burg ist zu groß, als dass eine einzige Person all das Potenzial nutzen könnte. Und da kommt Lego Ideas ins Spiel. Wenn 10.000 Leute für sie stimmen, könnte sie ein richtiges Lego-Produkt werden. Stell dir nur mal vor, was Legos talentierte Designer daraus machen könnten. Im Gegensatz zu statischen Modellen lädt diese Burg immer wieder zum Umbauen ein, sodass ihr lange daran Freude habt. Die Idee ist zu vielversprechend, als dass ich es nicht versuchen könnte. Um sie zu unterstützen, klicke einfach auf den Link und stimme ab. Es ist kostenlos und dauert nicht lange. Wenn du findest, dass diese Burg eine Chance verdient hat, dann teile bitte das Video auch mit deinen Freunden. Stimme noch heute für die transformierende Burg auf Lego Ideas ab.